Max, wie geht es dir heute? Mir geht es ganz gut. Wie geht es dir, wenn ich dir gegenfackele? Oh, Häsel! Ihr seht, hier wird tief gebohrt, aber absolut nichts rauszuholen aus diesem Mann. Max, was sagst du? Mein Finger ist ab. Moment. Das ist so fies. Das ist Joko, der lachen dürfte. Ah, Kurt, Payback-Time. Kurt, man nennt dich ja in der Kabarettbranche einen weißen heterosexuellen Tischmann. Wie ist das denn, mit einer jungen Lady wie mir zu sprechen hier? Was lös das in dir aus? Ich freue mich. Ich freue mich. Oh, da kommt die Political Correctness-Polizei. Da muss der Kurt aber aufpassen.